Nicht allein zur Begutachtung gehen. Begleitperson ist grundsätzlich zulässig. Grundsatzentscheidung des Bundessozialgerichts. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Begutachtung wegen der beantragten Erwerbsminderung oder Schwerbehinderung steht an. Für viele Betroffene geht es um sehr, sehr viel. Auch um die wirtschaftliche Existenz. Die Antwort auf die Frage, ob eine Erwerbsminderung vorliegt oder nicht. Unsicherheit ist da. Wie verhalte ich mich bei der Begutachtung? Bin ich richtig und auch gut vorbereitet? Muss ich allein zur Begutachtung gehen oder kann ich eine Begleitung mitnehmen, die mir da Beistand leistet? Und da schlägt als Antwort auf diese wirklich wichtige Frage ein richtungsweisendes Urteil des Bundessozialgerichts vom 27.10.2022 de facto wie eine Bombe ein und schafft endlich Rechtsklarheit. Eine Begleitperson zur Begutachtung ist grundsätzlich zulässig. So hat es das Bundessozialgericht am 27.10.2022 entschieden. Sie können die Entscheidung nachlesen unter dem Aktenzeichen Bertha 9 Siegfried Bertha 1 Schräge 20. Ist eine komische Abkürzung, aber so sind nun mal die Aktenzeichen beim Bundessozialgericht. Grundsätzlich, so sagt es das Bundessozialgericht, steht es dem Betroffenen frei, eine Vertrauensperson zu einer Begutachtung mitzunehmen. Dieser Rechtsgrundsatz folgt für Familienangehörige als Begleitperson aus § 73 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Sozialgerichtsgesetz. Diese Befugnis umfasst auch die Begleitung zu einer vom Richter, also vom Sozialrichter zum Beispiel, angeordneten Begutachtung. Mit dieser Befugnis, dass ich eine Begleitperson mitnehmen darf, verwirklicht sich das Recht auf ein faires Verfahren und auch als Ausgleich dafür, dass die Anordnung einer medizinischen Begutachtung immer auch ein schwerwiegender Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die allgemeine Handlungsfreiheit dem Verhältnismäßigkeitsgebot unterliegt. Aber, so sagt es auch das BSG, der Ausschluss einer Begleitperson ist auch möglich. Das Bundessozialgericht sagt, dass ein Ausschluss bei einer Begutachtung immer dann möglich ist, wenn dies zur Aufrechterhaltung einer funktionsfähigen, wirksamen Rechtspflege, insbesondere mit Blick auf eine unverfälschte Beweiserhebung erforderlich ist. Also ich denke da zum Beispiel an so eine Situation, dass eine körperliche Untersuchung stattfinden muss bei einer Begutachtung, zum Beispiel bei einer orthopädischen Begutachtung, und die Begutachtende oder diese Person, die begutachtet wird, hier sich beim Arzt ausziehen muss. Das kann zu unangenehmen Situationen führen, sodass also hier zum Beispiel der Orthopäde dann auch sagen kann, Nein, Begleitperson, jetzt musst du aus dem Zimmer gehen. Dabei sind die vom Sachverständigen im Einzelfall gegen eine Begleitung angeführten fachlichen Gründe zu prüfen. Differenzierung zum Beispiel nach der Beziehung des Beteiligten zur Begleitperson, dem medizinischen Fachgebiet oder unterschiedliche Phasen der Begutachtung sind in Betracht zu ziehen. Das spielt vor allen Dingen bei Begutachtung auf dem psychiatrischen Gebiet eine erhebliche Rolle. Das Urteil des Bundessozialgerichts ist ein wegweisendes, ein Grundsatzurteil. Es sagt uns, dass im Grundsatz zu einer Begutachtung eine Begleitperson mitgenommen werden darf. Diesem Grundsatz sind, wie ich es gesagt habe, aber rechtliche Grenzen gesetzt. Für die berufliche Praxis von uns als Team Rentenbescheid24.de, welches wir uns auch ganz, ganz stark mit dem Thema Erwerbsminderungsrente und auch Begutachtung, Coaching in der Praxis auseinandersetzen, ist dieses Urteil enorm wichtig. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine Reise für die Begutachtung. Vielen Dank.